Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbauen. Und, oh, wir haben noch 82 Plant Fiber über. Komm, ich bringe das Lied hoch. Leute, wenn ihr eines der geilsten Lieder auf YouTube hören wollt, die ich gemacht habe, dann schreibt es in die Kommentare. Ein kleiner Vorgeschmack, es geht um das Fötzschchen. Du kannst es jetzt von mir aus einmal spielen lassen, aber du willst es nicht, oh Junge. Ja, okay, dann wartet man eine Sekunde. Pazient, pazient. So, bitte sehr, YouTube. Einmal still sein. Bub, Come, 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 Come. Das Fötzschchen, das kann nicht. Fской Fötzschchen. Fötzschchen, Fötzschchen. Faken Fötzschchen. Fötzschchen, Fötzschchen. F***ing F*** F***ing F*** F***ing F*** F***ing F*** F***ing F*** 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 Jawohl Die paar Fehler die ihr noch gehört habt Die habe ich inzwischen ausgebeult Nur hatte ich da Bestimmte Trommel zu dem Lied dann hinzugefügt Mit dem sich das Lied scheiße handelt Also Ja das war die Preview Falls ihr das Lied auf YouTube sehen wollt Schreibt es mir Schreibt es uns In die Kommentare Weil dann lade ich das Video hoch Wenn es genug Leute gesagt haben Ich sag mal so Zwei Leute Leckt mich Ja Der Lied ist nämlich dagegen Also wenn ich das Wenn ihr Es nicht haben wollt Auf jeden Fall dann nicht hochladen Also entscheidet ihr Das Knicken Juhu Alle bitte dagegen wählen Die das war witzig Ja aber Ne Wir werden ja sehen Was YouTube dazu sagt Okay ich komm jetzt mal zu dir Du bist im Haus Ne Ja Ey scheiß Viecher Ui Okay dann komm mal Wart mal vor der Tür Ich bin gleich da Ey Junge dann gehen wir Nach unter die Erde Junge ich baue grad die obere Etage aus Sack Tja Tja Geht trotzdem unter die Erde Da können wir dann schick Rohstoffe holen Mh unser schön großes Haus Junge Das Haus ist so episch Verziehen Verziehen Daniel Lele 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 Mh 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 Pfff Pfff Piss ich Ey Äh Pfff 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 tot Tja Lass gleich auch mal den Peter Sektor gut Ja das ist erstmal unter die Erde ich gehe schon mal so rheschst ja rechts neben dem Haus da in die Höhle und dort führt dann so ein Weg nach unten was noch Holzblatt oder so für mich Äh, ja. Schatz hier. Dann geh mit mir. Nö, nur wenn du mit runterkommst. Ja, Junge, dann nach. Ich weiß, das ist ja nur ein Scherz sein. Wie, ich geb dir ein paar. Ähm. Ja, okay, die kann ich dir auch noch dazugeben. Mehr gibt es aber nicht von mir. Jawohl, Alter, das ist genug. Mehr als genug. Egal, behalte einfach. Okay, also hast du gehört, hier rechts neben dem Haus ist dann in der Höhle einfach runter. Junge, ich hab mir heute nach langer Zeit mal wieder so Walking Dead gegeben. Jaja, muss ich mir auch noch geben. Staffel 4, Alter, oah. Walking Dead einfach nur. Einfach nur Walking Dead. Du hast irgendwo bei Staffel 3 aufgehört. Jaja. Glaub schon. Weißt du schon, weißt du überhaupt schon, wer der Governor ist? Ja. Der Typ, der dann getötet wird, von der mit dem Katana. Der wird überhaupt nicht getötet. Klar, der mit der Augenklappe. Hä? Dann bist du schon in Staffel 4. Klar. Der wird getötet? Ja. Wo? Ich dachte, da wärst du schon. Ey Junge, wo wird der denn bei dir getötet, bitte? Ja, hinterher, wo der denn, nachdem er den alten Mann getötet hat. Weißt du, das hat, also, der, du, warst du schon da, wo die, äh, in das Gefängnis mit dem Panzer eingebrochen sind und so? Ja. Ey Junge, dann bist du ja doch schon dort gewesen. Ja. Ja, die Folge hab ich heute gesehen. Scheiße, jetzt muss ich ins Video, Achtung, Spoiler, schreiben. Toll. Ja, die Folge hab ich heute gesehen, wo der Hörstel einfach mal eben den Kopf abhaut. Ja, ja. Richtig scheiße von dem Wichser. Boah, da kommt wie Schott, Jumbo. Ein Klingel zum Karton. Oh, Achtung, Furzgift, so. Wir haben wie die Knochen-Schicht. Scheiße, toll, danke sehr, Dave. Jetzt muss ich in das Video einen, Achtung, Spoiler-Alarm schreiben. Leck mich. Ja, ist doch so. Die, oh, ja. Das mach ich nur für euch, YouTube. Für Erzieher, für Erzieher. Hey, eine, eine Asche-Schicht. Nice, hier gibt's richtig viel Platin. Und das hier selber. Oh, leck mich, Vogel. Boah, ich hoffe, ich finde noch ein bisschen Diamant, dann kann ich mit einer Dia-Spitzhacke machen. Scheiße. Jawohl, wenn man vom Teufel spricht, Bitch. Ähm. Ähm, Diamant, oh, oh, tut das gut. Das verziehen, das kann nicht. Das kann nicht einfach. Wie das Video anfängt, so, das verziehen, das kann nicht. Der, 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 der. Hammer. Junge, ich sammle hier die ganze Asche ein. Bist du am Verhungern? Hä, nein. Junge, ich bin doch nicht mehr bei dir, du bist am Verhungern. Ähm. Tja. Ich nehm mich natürlich auch noch mit. Das verziehen, das kann. Ding. Richtig spät ist. So, bis hierhin geht mein Zimmer. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Hm, Junge, wie tief diese Höhle hier einfach geht. Badass. Hm, 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 wie überall Knochen rumliegen. Oh, wie haben wir diese Knochen-Schicht aussieht. Oh, einfach nur legen. Warte, warte, es kommt gleich. Der aus. Oh, jetzt verhungerisch. Nicht klatscht. Mal sehen. Oh, mein Essen ist da oben. Oh, da falle ich runter. Tja. Ja, ja. Junge, wie tief das hier, wie tief entziehen, dann kann er den Ohrwurm. Junge. Was? Seht ihr, Leute, das ist ein richtiger Ohrwurm. Aber das ist einer von den Assoziaten Ohrwurmern. Ah. Nice, da geht's ihm sogar noch weiter runter. Hammer nice. Äh. Äh. Wow, 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 wow. Husch, husch, sag ich. Tja, dumm gelaufen, Bitches. Tja. Hier geht's noch weiter. Hammer. Oh, da oben geht's sogar auch noch mal weiter. Hey, Caleb. Ja? Weißt du was? Was? Das hat vollziehen hat gar nicht. Dele, das hab ich erwartet. Hm, hier ist auch noch schön viel. Und das Telefon wieder mal auf YouTube. Lösch'n Telefon. Doch auch. Ey. Ey, Junge. Das hat sich nicht halt. D-li. Hammer. Hammer. Hm, ja, wäre auch noch schick eisen. Das wird sich nicht ganz. D-li. 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 Oh, noch mehr Diamantor. Ich mach' mir ne Dia-Spitzhacke. Äh. Tja, und du kannst dir keine machen. Leck mich will ich auch nicht. Tja. Ich hab ja nicht was für Platinum, Alter. Hä? Doch, die hat dich die doch gemacht. Nein, du hast mir ne Gold gemacht, weil du nicht genug Pixel hattest. Tja, ja, stimmt. Jetzt hab' ich genug Pixel für deine Platinum. Ich auch. Oh. Gut. Und ich hab' auch genug Pixel für meine Dia-Biocci. Ich hab' den Sternen-Arsch. Tja. Lose, wir verrickeln. Nö, mach doch selber. Nö, mach doch selber. Toll, jetzt bammt er das Video die ganze Zeit mit meinem liebvoll. Wenn schon, dann darf nur ich das. D-li. Nö, nö, nö. Nö, nö. Ich hab' das zufällig gemacht, aber Kopf hoch. Und ich war auch der mit Fetzchen, aber Kopf hoch. Wow, der mit Fetzchen, Alter. Der kann... Mein Lieb-Youtuber, der kann auch Fetzchen von diesem Uhr. Nö. Nö, nö. Du redest denn am Fetzchen. Nö. 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 Also, tut nicht so an, ob du der Erfinder des Wortes Fetzchen wärst. Wär ich auch nicht. Wär ich auch nicht. Nö. Nö, weil ich gerade Zeit hatte und auf Facebook rumgeguckt bin. Ja, weil du... Ja, weil ich... Ja, ich... Komm, geh nicht vergraben, verbodeln. Oh, noch mehr Diamanten! Vielleicht kann ich dir eine Dia-Spitzhacke mitmachen. Guckes. Nö, ich geb dir lieber für eine Dia-Rüstung wie mich aus. Juge. Junge... Tja! Junge, komm auch hier runter. Hier gibt's mega viele Diamanten. Die Hülle ist riesig. Tja. Sag, ne große Wichser. Die Pop. Mach vor, du kannst es schließlich am besten. War es Pop? Ich weiß. Ja, ja, weil du ja immer so ein bisschen popst. Tja. Tja. Da ist er leise. Oh, ne Eisschicht! Fuck, ne Eisschicht. Tja. Tja. Hier liegt überall Geld rum. Oh shit. Das wird jetzt kalt. Oh nein, das wird jetzt zu kalt. Junge, warum will ich die scheiß Kronleuchter hier nicht anbringen? So, jetzt brauche ich ein paar Camp Fibers. Camp Fibers. Oh mein Gott. Scheiße, ich das verbrate. Verbrate ich die ganzen Fackeln so. Die lege ich mir jetzt hier mal auf den Quick Slot. Denn das ist jetzt echt wichtig. Und runter. Haben wir ja irgendwo noch ein bisschen Deko zufällig in irgendeiner Kiste? Ja, oben auf dem Schiff noch. Da machen wir halt mal ins... Oh. Hier haben wir noch schickes Eisen. So, dann gab ich mich einfach jetzt neben dem Wasser runter, weil ins Wasser wäre jetzt ein bisschen Selbstmord. Fötzchen. Junge. Du mit deinem Fötzchen, ey. Hm, ich wusste doch, da unten geht die Höhle weiter. Fötzchen. 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 Nein, 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 nein. Du erfrierst nicht, du erfrierst nicht, oh. Tja. Ich sag es ja, du erfrierst... Fötzchen. Du erfrierst nicht, oh. Fötzchen. Einfach so Hammer. Fötzchen, fötzchen. Übrigens, wenn du hier runterkommst, bring ein paar, ähm, äh, Dinge ins Campfire mit. Ich hab keiner. Dann macht dir welche. Äh. Tja, dann erfrierst du halt. Du kriegst sicher nicht welche von mir. Kann eh noch dauern, bis ich hier bin. Fötzchen. Oh, Junge, wie groß die Höhle ist, diese Höhle, dann noch. Was ist jetzt da? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, tut das gut. Oh, schön, kein Feuer. Oh, Junge. Räum nicht dahin. Tja. 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 Oh, hier unten sind ja noch, wir sind ja noch mehr Diamanten, die hab ich fast übersehen. Scheiße, lass ich gleich ein. Hammer nice. Und da meldet sich der Timer mit dem Wort, scheiß dich mal nicht ein, beendet ich wieder diesen Part. Hatst du die Folge länger, oder soll ich das nächste Folge sagen? Ja, sagen wir mal YouTube-Style unfair. Dann erlebt ihr die große Überraschung, die große Vorstellung im nächsten Part. Den nächsten Part nenne ich dann auch die große Vorstellung, Bitches. Also, sehen wir uns im nächsten Part. Tschau, Leute.